Musik Also ich bin der Andi von der Fahrschule Wald und ein befreundeter Tierarzt von mir, der hat mich gefragt, ob wir helfen können, auf einem Transport nach Breslau Hilfsgüter für die Ukraine zu fahren. Daraufhin habe ich gesagt, wir fahren mit unserem LKW, aber unseren LKW dürfen wir leider nicht benutzen. Und dann habe ich bei der Firma Heckny gefragt, beim Herrn Spieß, ob wir den LKW bzw. den Transporter haben können, um die Sachen zu transportieren. Kurzum, da hast du den Transporter, da hast du die Tankkarte, viel Spaß beim Fahren, ich unterstütze euch selbstverständlich. Und deswegen machen wir jetzt diese Aktion und fahren heute Abend noch los nach Breslau, wollen morgen abladen und dann morgen Abend wieder zurück nach Nürnberg fahren. Hallo liebe Leute, wir sind jetzt hier vor dem polnischen Kulturverein, wo die Polen aus Nürnberg sich immer treffen, haben es einen Treffpunkt für sich erschaffen vor 10, 12 Jahren, glaube ich. Und aufgrund der Situation, die jetzt entstanden ist, haben wir so eine Aktion ins Leben gerufen, bei Facebook gepostet, dass wir hier Sammelstelle für die Spenden für unsere ukrainischen Freunde Nachbar haben. Und jetzt wird es heute, gerade werden die Busse geladen und alle fahren Richtung Polen, Breslau, aber auch direkt an die ukrainische Grenze. Und wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, die Spenden hier zusammen. Wie gesagt, es ist schon ein dritter Bus heute und kommen noch drei. Und wir freuen uns, dass wir da mitmachen können und einfach unterstützen können. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Ich bin eigentlich weder polnisch noch russisch. Wir haben nur im Fernsehen gesehen, wie die Situation der ukrainischen Flüchtlinge sind. Ich habe eine Praxis und habe daraufhin einen Rundruf gestartet, wo man helfen kann. Sofort kam die Adresse hier von dem polnischen Kulturverein, dass man sammeln kann und die Sachen genau hier abgibt. Dafür habe ich am nächsten Tag in der Praxis drei, vier Anrufe gestartet. Am Nachmittag bereits war der Parkplatz vor unserer Praxis voll, voll, voll. Das Wartezimmer war voll, voll, voll. Leute, die wir überhaupt nicht gekannt haben, sind gekommen und haben gesagt, wir möchten einfach mithelfen. Dafür haben wir alles zusammen gesammelt und sind dann am Abend mit fünf Fahrzeugen hierher gefahren. Wir hatten Helfer, die hatte ich noch nie vorher gesehen. Die haben sich einfach engagiert, weil sie sagen, wir können ein bisschen was machen. Und dann haben sie einfach mit zugepackt. Und diese Aktion ging auch den nächsten Tag noch weiter. Das heißt, Siemens hat über das Intranet bekannt gegeben, dass wir sammeln. Daraufhin kamen Leute von Siemens und haben uns Sachen gebracht. Es war eine unwahrscheinliche Bereitschaft zu spenden. Und zwar geschickte Sachen zu spenden, die wir wirklich brauchen. Wir haben vorher auch gefragt, was könnte man machen, was braucht man. Und daraufhin haben wir uns halt so engagiert, dass wir hier jetzt heute den ersten Wagen, den zweiten und dritten Wagen laden können und nach Polen bringen, wo es dann verteilt wird. Direkt an die Grenze zu fahren ist manchmal etwas kompliziert, weil man da nicht weiß, wo kann man anlanden, wo kann man was hinbringen. Aber so auf diese Art und Weise ist es wunderbar. Und ich denke, es werden auch die nächsten Tage noch gebraucht. Das heißt, wir sind immer noch als Anlaufstelle offen, wenn jemand was bringen möchte, jederzeit in der Praxis abgeben, vielleicht vorher anrufen und dann die Ware bringen, dass wir sie wieder weiter transportieren können. Danke. 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 Danke.